Das S-Stand Die S-Klassen waren immer Trendsetter im Bereich der Fahrzeugsicherheit, der Unfallssicherheit. Sie war eben nicht nur das Topmodell der Marke und hat den Automobilbau entscheidend geprägt. Sie hat auch viele bahnbrechende Innovationen eingeführt in den Automobilbau. Deswegen kann man sagen, heute steckt in jedem neuen Automobil auch ein Stück S-Klasse. Die S-Klasse 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 Die S-Klasse